Letztlich wirrte es um vierzig Kulten los und sagte dem Rosttäuscher zuvor, er sollte es nicht über eine Tränke reiten. Der Rosttäuscher wollte sehen, was er doch damit meinte. Ritt in eine Schwämme. Da verschwand das Pferd, und er saß auf einem Bündel Stroh, sodass er schier ertrunken wäre. Der Käufer wusste noch wohl, wo sein Verkäufer zur Herberg lag, ging zornig dahin und fand Dr. Faust auf einem Bett liegend, schlafend und schnarchend. Der Rosttäuscher nahm ihn beim Fuß und wollte ihn herabziehen. Da ging ihm der Fuß aus dem Urs und fiel der Rosttäuscher damit in die Stuben nieder. Da fing Dr. Faust an, Mordio zu schreien. Dem Rosttäuscher war Angst, er gab die Flucht und machte sich aus dem Staub und meinte nicht anders, als er hätte ihm den Fuß aus dem Ars gerissen. Also kam Dr. Faust zu Geld. Ein Abenteuer mit vollen Bauern Dr. Faust zächte in einem Wirtshaus, darinnen viele Tische voller Bauern saßen, die des Weines zu viel zu sich genommen hatten. Der Halben mit Singen, Jauchzen und Schreien ein solch grausames Getümmel anhoben, dass keiner sein eigenes Wort mehr hören konnte. Dr. Faust sagt zu dem, der ihn berufen hatte, »Habt Acht, ich will Ihnen das bald wehren.« Als nun die Bauern ein immer größeres Geschrei und Gesänge machten, verzauberte er sie, dass allen Bauern das Maul auf das allerweiteste offen stund und es keiner mehr zubringen konnte. Da ward es bald gar stille, sah ein Bauer den anderen an, wussten nicht, wie ihnen geschehen war und fingen an, einer nach dem anderen sich davon zu schleichen. Sobald aber ein Bauer vor die Stuben hinauskam, hatte er seine Sprache wiederum, dass er sich erfreute und heimzulief. Was Dr. Faust für Abenteuer an des Fürsten zu Anhalt Hof getrieben Dr. Faust kam auf eine Zeit zu dem Fürsten zu Anhalt, Grafen zu Askanien etc.